Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. Meld uns über 1Live.de oder ruft an. 0800 220 50 50. 1Live. Domian. So, liebe Leute, die Freitagnacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitag, freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, zu welchem Thema auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian at wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Frauke. Und Frauke ist 27. Guten Morgen, Frauke. Hallo, Domian. Hallo, Frauke. Weswegen rufst du an? Und zwar ist heute Tag der Asexualität. Und deswegen dachte ich, ich melde mich mal. Heute ist Tag der Asexualität? Ja, also in Amerika ist Asexual Visibility Day. Okay, genau. Ich glaube, man erfindet für jeden Quatsch einen Tag mittlerweile, oder? Wobei ich das nicht jetzt als Quatsch bezeichnen möchte, aber es gibt jeden Tag irgendwie... Ja, es gibt alles mittlerweile, das stimmt. Ich glaube, morgen ist der Tag der Fingernagelflege. Ach, na dann. Also, Tag der Asexualität. Ja, genau. Du rufst zum Tag der Asexualität an. Gehe ich davon aus, dass du asexuell bist? Ja, davon kannst du ausgehen. Erzähl, wie kommt's? Ja, wie kommt's? Die Forschung ist ja mittlerweile so weit, dass sie sagt, dass Asexualität wie alle anderen, also Homosexualität, Bisexualität und so, angeboren ist. Dass es also einfach irgendwas ist, was passiert, was man sich nicht aussucht. Und damit lebt man dann, oder auch nicht. Ich unterbreche dich. Ist das wirklich so forschungsmäßig mittlerweile abgesichert, dass das angeboren ist? Naja, wie abgesichert kann sowas sein, aber das ist der Stand der Forschung momentan, ja. Das ist der Stand der Forschung. Du bist da gut informiert? Ich versuch's, ja. Das heißt, auf deine Personenbeziehung, du hattest nie ein sonderliches Interesse an Sexualität? Genau. Also, Asexualität ist ja erstmal nur der Mangel an sexuellem Interesse an anderen Personen. Das ist ja eigentlich erstmal alles. An anderen Personen? Genau, genau. An der eigenen Person hat man schon Interesse? Kann man haben. Das ist halt sehr unterschiedlich. Es ist halt eine sexuelle Neigung. Und das kann man, glaube ich, einfach nicht so über einen Kamm scheren. Das kann man ein bisschen verallgemeinern, um es leichter zu machen, klar. Aber es ist halt nicht einfach so, dass du sagen kannst, wenn du asexuell bist, dann so und so. So einfach funktioniert's halt einfach nicht. Und ich weiß, dass bei dir schon ein paar Mal asexuelle Leute angerufen haben. Und du hast dann, ehrlich gesagt, auch schon mal so Sachen gesagt, wo ich mich ein bisschen ausgeregt hab, weil ich es dann einfach anders sehe, weil ich es auch anders mitkriege, einfach dadurch, dass ich es halt bin, dass ich es miterlebe. Und auch andere asexuelle Leute kenne, mit denen ich mich auch unterhalte, bei denen ich mitkriege, wie die das sehen. Was hab ich gesagt? Ach, ich weiß, vor einer Weile hat bei dir eine Frau angerufen. Und ich glaube, du hast sie irgendwie gefragt, ob sie sich denn selber befriedigt. Und sie hat gesagt, ja. Und ich glaube, du hast gesagt, ja, dann kannst du ja nicht asexuell sein. Und da ist es noch ein bisschen extra. Okay, das ist dann eine Frage der Definition. Wenn man zur Asexualität die Selbstbefriedigung mit hinzunehmen kann, okay, dann ist es halt dann auch asexuell. Wie ist es bei dir? Hast du Sexualität mit dir selbst? Ja. Ja. Hast du schon mal ausprobiert, mit einem anderen Menschen Sexualität zu haben? Ja, klar, natürlich. Wie hast du es empfunden? Ähm, also, ich bin 27 und ich hatte mein Leben lang mit genau zwei Leuten Sex. Mhm. Und, ähm, ja, es ist halt Sex, also, kann man machen, muss man aber nicht, würde ich sagen. Ja, also, es ist einfach... Hattest du mit Männern oder mit Frauen Sex? Ich hatte penetrativen Sex nur mit Männern, aber so ein bisschen Testel Metal mit Frauen auch schon. Ja. Ähm, und es ist halt einfach kein Interesse da. Also, ja, kann man halt machen, also, ich bin auch in einer festen Beziehung, ich habe einen Freund. Ach, du bist in einer festen Beziehung? Mhm. Wie geht das? Bist du in einer festen Beziehung mit einem auch asexuellen Mann? Nee, der ist normal heterosexuell. Wie funktioniert das? Man muss viel reden, man muss ehrlich miteinander sein, man muss Kompromisse eingehen. Und dann geht das. Das heißt, dein Freund muss Kompromisse eingehen? Ähm, mein Freund hat sehr lange Kompromisse eingehen müssen. Momentan muss ich Kompromisse eingehen. Inwiefern? Also, ich hatte, ich bin, das muss man sagen, richtig angekommen, so, dass ich mich wohl damit fühle. Das habe ich erst so ungefähr seit letztem Jahr. Und vorher hatte ich eine Weile, da ging es mir ganz schlecht und dann wollte ich überhaupt nicht angefasst werden und das ging gar nicht. Und das hatte, da hat er mir auch meinen Freiraum gegönnt und das auch akzeptiert, wo ich auch sehr dankbar bin, weil ich glaube, das wird nicht jeder Partner auch so machen. Ähm, und, ja, und jetzt habe ich gesagt, okay, ich, das, das ist einfach was ganz Besonderes, was er mir da auch, also, dass er das einfach so akzeptiert. Und jetzt habe ich gesagt, gut, okay, wenn du es, wenn du dann einfach mal den Sex brauchst, dann kannst du dir den auch woanders holen, wenn du ihn möchtest. Ach so. Mhm. Und das tut er auch? Das habe ich ihm gesagt, das möchte ich nicht wissen. Ah. Also, da geht es mir besser, wenn ich einfach so, also, wenn ich halt einfach gar nicht weiß, dann ist es egal. Nun ist ja die Sexualität die eine Sache und die Zärtlichkeit und Erotik eine andere Sache. Hast du auch kein Bedürfnis nach Zärtlichkeit zumindest? Doch, total. Also, ich, ähm, also, ähm, sexuelle Anziehung hat ja nichts mit romantischer Anziehung zu tun. Mhm. Und, ähm, ich, also, das brauche ich total. Ich bin auch totale Schmusekatze und sowas, aber das hat halt einfach für mich, hat einfach etwas Emotionales und nichts Körperliches. Mhm. Und das brauche ich schon. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Fünf Jahre. Fünf Jahre? Mhm. Und in diesen fünf Jahren habt ihr wie viel Mal miteinander geschlafen? Oft genug, dass ich nicht zählen kann. Ach so, das dann schon. Ja. Aber er wusste, dass du das Wenn dann nur für ihn machst und es quasi so über dich ergehen lässt. Naja, wie gesagt, das ist halt eine Entwicklung gewesen, ne? Und ich bin da halt auch erst neu jetzt angekommen. Also, ich meine, auf meinem Schirm war so dieses Wort Affexualität schon mit 17, glaube ich, oder 18. Da hatte ich noch ein bisschen Angst davor. Da hatte ich so dieses, oh mein Gott, bin ich anders, bin ich komisch, bin ich frigide, so. Und dann hat es halt jetzt nochmal zehn Jahre gedauert und jetzt bin ich hier angekommen und denke mich, ne, aber das funktioniert so, so geht es mir ganz gut. Und er hat einen Großteil dieser Entwicklung halt auch irgendwie mitgemacht. Ich hatte dann halt auch verschiedene Phasen, wo ich mich gar nicht habe anfassen lassen wollen und so. Das war schwierig. Also, Respekt für deinen Freund, muss ich sagen. Ja, habe ich auch. Wirklich Respekt. Ja. Das macht nur wirklich nicht jeder Typ mit. Eben. Also, ich liebe ihn auch von ganzem Herzen. Ich sage es jetzt einmal ganz deutsch und darf es mithören. Vielleicht hört er es auch, ich weiß es nicht. Also, ich finde das völlig, völlig auch in Ordnung. Wir leben ja in einer fürchterlichen sexualisierten Welt. Ja, das ist schlimm. Und ich finde, dass man das auch als Lebenskonzept akzeptieren sollte, wenn jemand einfach wenig oder kaum Interesse daran hat. Das sehe ich auch so. Nur, muss ich glaube ich Ihnen zu sagen, manchmal hat Asexualität natürlich auch traurige Hintergründe, dass jemand asexuell geworden ist und dann ist es eben nicht angebunden. Das muss man für sich rausbekommen, was mit allem los ist. Ja, das stimmt natürlich auch. Das gibt es auch. Und das mit der Sexualisierung der Welt ist auch ganz furchtbar, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, auch einer der Gründe, warum ich noch angerufen habe, weil ich einfach glaube, ganz viele Leute wissen einfach gar nicht, dass es das gibt oder dass man das sein kann. Und ich möchte einfach auch mal so ein bisschen, weil ich weiß, wie viele Leute dir immer zuhören, möchte ich einfach mal sagen, das ist völlig okay. Man muss nicht immer irgendwie Sex haben wollen müssen. Und wenn man das halt einfach nicht hat, dann hat man es vielleicht einfach nicht. Dann ist es vielleicht einfach so. Finde ich einen sehr guten Hinweis, weil ich glaube auch viele, auch sehr junge Leute, stehen unter so einem Zugzwang, alles Mögliche, so schnell wie möglich machen und erfahren zu müssen. Und wenn vielleicht gar nicht mal die Lust dafür da ist. Tag der Asexualität, das haben wir heute gelernt. Also, das ist eigentlich gestern gewesen, aber für mich ist es noch heute. Frauke, danke für deinen Anruf. Bitte, gerne. Und schönen Gruß an deinen tollen Freund. Will ich ausrichten. Alles Gute, tschüss. Bis dann, ciao. Wobei, ich möchte mir eigentlich nicht den 8. Mai als Tag der Asexualität merken, sondern wir wissen, was für ein wichtiges Datum der 8. Mai ist. Und das ist natürlich präsent im Kopf. Aber auch das hat seine Berechtigung mit der Asexualität. Ich will es nicht klein reden. Hier ist Dominik. Dominik ist 38. Guten Morgen, Dominik. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dominik. Was ist dein Thema? Ja, ich rufe an, weil du hattest letzte oder vorletzte Woche am 1.5. einen Anrufer, den Wolfgang, der sehr gegen die Veganer gewettert hat. Ah ja, das war der Wissenschaftler, glaube ich, der Biologe. Ja. Ja. Und vor allen Dingen hat er gesagt, dass eben Eltern, die ihre Kinder vegan ernähren, Kindermisshandlung betreiben. Er hat das ein bisschen überspitzt ausgedrückt und auch biologisch erklärt, weil das irgendwie für das Kind nicht zuträglich ist. Naja, also Moment, da muss ich gerade kurz einhaken. Er hat erklärt, dass eben wir kein Gras verdauen können, weil wir keine Mägen haben wie die Kuh. Genau. Und das stimmt auch, aber ich esse ja auch kein Gras. Also dieser Vergleich hinkt einfach vorne und hinten. Aber du isst Salat. Das ist ja ähnlich wie Gras. Ja, ja, klar. Aber das kann ich ja auch, das kann ich verdauen. Ich kann Salat verdauen, ich kann Getreide verdauen und auch Zucchini, Paprika und so weiter. Nee, aber der Grund, warum ich anrufe, ich bin einer, ein Teil von diesen Eltern. Mein Sohn wird, oder unser Sohn mit meiner Frau zusammen, wird seit der Geburt vegan ernährt. Und der ist 18 Monate alt heute. Also, wie alt ist er? 18? 18 Monate. 18 Monate, ja. Ich bin da in der Materie, was wirklich diese wissenschaftliche Analyse anbelangt, nicht sehr versiert. Ich gehe mal davon aus, dass ihr als verantwortungsvolle Eltern euch da sehr schlau gemacht habt, ob ihr dem Kind keinen Schaden zufügt. Ja, sicher. Also, wir sind davon überzeugt, dass wir das nicht tun, sonst würden wir das nicht machen. Also, ich kann mal kurz so ein bisschen Hintergrund. Meine Frau lebt seit 19 Jahren vegan. Ich selber lebe seit acht Jahren vegan. Das heißt, wir haben uns mit der Materie schon viel beschäftigt. Okay, aber ein Kleinkind ist ja dann auch wieder was ganz anderes, ein Säugling. Auf was muss man besonders achten bei einem Säugling? Also, man muss besonders darauf achten, dass eben die Ernährung ausgewogen ist, wie bei einem Erwachsenen auch. Naja, Ausgubung ist ja eben nicht, weil ihr auf ganz, ganz, ganz viele Sachen verzichtet. Jaja, naja, gut, verzichten tun wir nicht. Unser Speiseplan ist aber, ich würde sagen, unser Speiseplan ist sehr viel vielfältiger als der durchschnittliche Speiseplan eines Deutschen. Weil wir sehr viele Getreidesorten essen, die die Deutschen nicht kennen oder auch nicht viel zu nehmen. Wir essen viel Quinoa, wir essen viel Buchweizen. Meine Frau backt das Brot frisch. Also malt, wir haben eine Mühle in der Küche, eine große Mühle, die sehr gut Getreide malen kann, die backt das Brot frisch. Und im frischen Vollkornbrot ist auch noch sehr viel mehr Vitamine drin, die eben industriell hergespricht. Aber, das glaube ich, das klingt natürlich sehr, sehr interessant und schmeckt wahrscheinlich auch hervorragend, was ihr da macht. Aber selbst bei Erwachsenen muss man doch, soweit ich informiert bin, künstlich etwas zuführen, wenn man rein vegan lebt. Stimmt das? Ja, es gibt, naja, gut, die Wissenschaft ist sich da noch nicht so ganz sicher. Es gibt eine Sache, das ist das B12. Das kommt eben, wird in dem Darm von Säugetieren hergestellt, also auch in dem Darm von Menschen. Der Mensch kann es aber an dem Punkt nicht mehr aufnehmen. Es ist aber bisher noch nicht geklärt, ob wirklich B12, ob da ein Mangel entsteht oder nicht. Aber B12-Mangel ist sehr gravierend, deswegen führen wir B12 in unsere Ernährung zu, also meine Frau und ich, und auch unser Sohn kriegt auch B12. Also durch Vitamintabletten? Ja, das sind so kleine Nuggets, die man sich unter die Zunge legt, einmal die Woche, und dann hat man eben genügend B12. Aber Dominik, nochmal die Frage bezogen auf den Säugling. Auf was muss man da als Eltern besonders achten, wenn man einen Säugling vegan ernährt? Also B12 muss man ihm zuführen, das hast du jetzt gerade schon gesagt. Ja, würde ich auf jeden Fall zu raten, weil eben so ein Mangel, das sind Nervenschäden, die da entstehen, so ein Mangel ist halt irreparabel und gravierend, das möchte man nicht machen. Also der sollte nicht kriegen keine Milch? Der kriegt, so wie wir auch, Pflanzenmilch. Also es gibt ja Pflanzenmilch, die wir zu uns nehmen, also zum Beispiel Hafer. Sojamilch? Sojamilch geben wir ihm noch nicht, könnten wir, aber Soja, da sind Stoffe drin, die sind so ähnlich wie Hormone und deswegen können die so einen kleinen Körper durcheinander bringen. Man sagt aber, ab dem ersten Jahr ist es okay, wir geben ihm aber trotzdem noch keine Sojamilch, was einfach nicht notwendig ist. Ich trinke sowieso auch am liebsten Hafermilch, deswegen kriegt er davon eben was ab, wenn ich was trinke. Auf was muss man denn noch weiter achten bei dem Kleinen? Naja, also es sind ja so diese üblichen Verdächtigen, Calcium, Zink und auch Vitamin D. Das ist aber alles dadurch abgedeckt, dass eben, also meine Frau, ich kann dir das nicht so viel zu sagen, meine Frau kümmert sich bei uns um das Essen, da bin ich sehr froh drüber, weil ich da auch kein großes Interesse dran habe. Und sie kocht sehr ausgewogen. Das heißt, die weiß auch, wir müssen mal wieder Bohnen essen, weil da das und das drin ist. Er kriegt oft einfach nur trockene Nudeln mit Hefeflocken und Leinöl. Ach der Arme, das klingt ja sehr trostlos. Trockene Nudeln mit Bierflocken oder Hefeflocken, Entschuldigung, nicht Bierflocken. Ja, ja, die Hefeflocken enthalten eben sehr viele B-Vitamine und Leinöl hat dann eben, ich glaube, das ist Omega-3 und so ein Zeugs. Das klingt ja trostlos, aber er liebt das. Also er kriegt, er kann gerne auch unsere, also er kriegt auch von unserer Soße was ab, aber er mag eigentlich lieber diese Nudeln haben. Also, ihr seid verantwortungsbewusste Eltern und achtet genau drauf, deine Frau vor allen Dingen, wie du es gerade schon gesagt hast, dass der Kleine so vielfältig wie möglich ernährt wird und es gibt dann einige Sachen, die ihr ihm zusätzlich zubereitet oder ihm verabreicht. Genau. Und es funktioniert. Es funktioniert. Und vor allen Dingen, es ist halt, also was mich stört, ist diese Meinung, dass das nicht geht. Es geht. Man muss natürlich schon ausgewogen sich ernähren, aber ich bin der Meinung, das müsste jedes Kind. Dummi, wenn der Kleine, sagen wir mal so 14, 15 ist und der sagt, Papa, es geht mir so auf den Keks, dein ganzes veganer Gedriss, ich will jetzt Hamburger essen gehen. Was sagst du ihm? Ich sage ihm, kannst du ihn machen, aber nicht von meinem Geld. Also, wenn er Taschengeld kriegt, kann er das gerne in alles Mögliche stecken, was er haben möchte, aber er kriegt von mir das Geld nicht, also er kriegt von mir auf keinen Fall ein Hamburger gekauft und er darf das auch nicht zu Hause essen. Oh, da wird es aber schon, er darf es doch nicht mehr zu Hause essen, auch wenn er es nicht redlich verdient hat von seinem Taschengeld, wenn er irgendwo gejobbt hat, er darf es nicht zu Hause essen. Ja, für mich ist das ein sehr respektloses Verhalten und bei den meisten Menschen oder bei allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, die nicht vegan sind, abstrahiere ich das weg, aber wenn ich jetzt mein eigener Sohn vor mir sitze und das zu sich nehme, dann ist das für mich schon so eine Art Beleidigung. Aber das ist ja schon sehr ideologisch, Mensch. Das ist aber weit weg von der freien Entfaltung, von der freien Welt. Könnte man nicht sagen, okay, wenn er es will, dann soll er es machen. Man kann ihn ja aufklären und wenn er es für sich entscheidet. Nein, nein, ich bin immer noch, also in dem Moment bin ich ja immer noch der Erziehungsberechtigung und ich bestimme, was für das Kind am Wichtigsten ist. So, der alte Spruch von früher, solange du die Beine unter meinen Tisch setzt, wird hier so gehandelt, wie ich es will. Das haben früher die Väter auch gesagt. Das machen doch alle. Sie geben dem Kind auch keine Drogen, wenn es die möchte. Sie geben dem Kind auch, Kinder nehmen auf dem Spielplatz, wenn er Zigarettenkippe in den Mund, nehmen sie in den Mund. Das verbiete ich ihm auch. Aber eine Droge in Hamburg ist da vielleicht auch was anderes. Für mich nicht. Das ist der Punkt. Für mich ist das genau, es ist kein Lebensmittel und deswegen wird das nicht zu sich genommen. Er kann das machen, wenn er irgendwann mal groß genug ist. Er wird das auch machen, da bin ich von überzeugt. Er wird auf dem Schulhof Menschen mit seinem Vollkornbrot tauschen. Da kann ich nichts gegen machen. Aber er wird das halt nicht von mir bekommen. Gut, Dominik. Aber danke, das war jetzt eine Rückmeldung zu dem Wolfgang von vorgewochen oder vor zwei Wochen, der es ganz anders gesagt hat. Ich lasse es mal so stehen. Ich kann das nicht beurteilen, wie das ernährungswissenschaftlich ist. Das muss jeder von sich selbst rauskriegen. Aber du hast deine Meinung gesagt und ihr beiden lebt gut davon und hoffen wir, dass dem Kleinen das auch gut tut und es ihm nicht schadet. Das hoffen wir alle auf jeden Fall. Aber wir haben da ein Auge drauf. Kannst du darauf vertrauen? Das glaube ich. Alles Gute, Dominik. Jo, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Tschüss. Dass die Veganer mal so restriktiv sind. Ich finde es ja nicht schlecht, wenn Leute so leben. Aber es hat ja mal alles so was... Ah. Naja. Janett. Janett ist 47. Guten Morgen, Janett. Mein Gott, Domian. Musst du wirklich mein Alter nennen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Moment, ich habe mich ja versprochen. Hier ist Janett, die ist 29. Stimmt das? Domian, was möchtest du bringen? So gefällt es dir, ne? Ich wollte dir mal als erstes sagen, ich liebe dich unendlich, weil du hast eine super tolle Sendung. Also keine Sorge, ich habe einen festen Freund. Keine Gefahr von da aus. Aber jetzt ohne Scheiße, ich will ja nicht ihr Honig um die Nase pinseln. Du klingst nicht wie 47. Von der Stimme her. Und ich sage dir eins, mein Freundeskreis ist um die 30 und jeder sagt, du siehst original aus wie eine von uns. Also in dem Jahrgang. Nee, ich fühle mich auch nicht so. Und ich glaube, das ist eigentlich das Rezept des Lebens, dass du so drauf bist, wie du innerlich drauf bist. Denke ich wirklich. Das ist einfach... Aber das funktioniert nicht immer. Es gibt Leute, die innerlich wirklich sehr jugendlich noch sind, aber ziemlich verrunzelt schon aussehen, immer funktioniert auch nicht. Ja, wo kommt das her? Ja, weiß ich auch. Nein, ich glaube wirklich, das hat was mit der inneren Einstellung ab. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, wenn man etwas runzliger aussieht. So ist halt das Leben. Ja, so ist das Leben, genau. Da muss man auch so stehen, ja. Wir haben vorhin gesagt, die ganze Welt, unsere Welt ist extrem sexualisiert. Das ist schlimm. Und unsere Welt ist extrem jugendwahn ausgerichtet. Das alles muss glatt und sauber und toll und gestylt und sein. Ich kann es bald nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Du hast ein anderes Thema. Völlig overfloated, ja genau. Also ich muss mal als Intro sagen, ich bin ein wirklich super, du kannst alle meine Freundinnen anrufen, die werden das bestätigen, super, super warmherziger Typ. Das muss ich als Intro machen, weil gleich werden ganz furchtbare Steine fliegen. Thema war auch Sat.1. Das ist aber auch nicht der Auslöser gewesen, weshalb ich angerufen habe, aber das wurde jetzt völlig gehypt und hat eine solche Lawine ausgelöst. Thema ist, Kind, ja, nein, entscheide ich mich dafür, dagegen. Und ich bin ganz klar, ich wollte, ich habe dieses Gehen, habe ich nicht. Ich habe das nie gehabt. Dieses, ich muss ein Kind bekommen, ich will ein Kind bekommen. Im Gegenteil, bei mir ist das so, als ganz kleines Kind bin ich völlig auf Tiere abgefahren, insbesondere auf Hunde. Und bei mir ist es heute noch so, wenn ich ein kleines Kind auf dem Arm halte, ist das für mich wie so ein Fremdkörper, wo ich so denke, oh mein Gott, oh nein, und wo drücke ich runterfallen oder wo drücke ich falsch und es ist so weich und so verletzlich. Und dann bin ich eigentlich eher froh, aber nicht wirklich im negativen Sinne, wenn ich es dann wieder abgebe. Und beim Welpen ist es völlig anders, da platzt mein Herz. Und wo ich so, ich muss ganz schnell noch sagen, ich habe immer schwierige Fälle mit Emil. Mit Emil? Mit Emil, ja, schwierige Fälle. Dobermänner, die wirklich völlig hochbissig waren, die sich bei mir zum Regenwurm entwickeln. Irgendwie habe ich da so ein, weiß ich nicht, ein Händchen für. Also daraus schließe ich, dass du auch nie ein Kind bekommen hast? Nein, genau. Ich hätte zweimal, aber ich habe es verhindert, ja, ganz brutal. Du hast es abgetreten. Einmal sehr spät, ja, einmal Ende vierten Monats. Ende des vierten Monats, das ist ja illegal. Ja, ja, fast ja, kann man sagen. Und bei mir war es wirklich, als gestern noch eine Freundin erzählt, bittigerweise habe ich auch eine Freundin, die auch keine Kinder haben und auch nicht wollen. Gestern noch eine Freundin erzählt, das Erste, was ich den Arzt gefragt habe, als ich wach geworden bin, aus der Narkose ist wirklich alles raus, weil ich hatte das Gefühl, es ist ein Tumor in mir. Ende vierten Monats, hast du in Deutschland gemacht? Ja. Wie ist das möglich? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich war 18 Jahre alt und ich ging aufs Gymnasium und ich wusste, mein ganzes Leben, was vor mir liegen könnte, wäre zerstört und ich könnte dem Kind überhaupt nicht... Okay, warum hast du so lange gewartet? Weil ich erst mal wirklich, also ich muss dazu sagen, ich bin sehr streng erzogen worden, durfte nichts, ja, ich muss mit 17 zu Hause sein, wenn es dunkel wird, im Winter, weil du selber ist es unter Umständen um 16 Uhr. Dann macht man natürlich andere Dinge auf dem Parkplatz etc. pp. Und ich habe es wirklich zuerst völlig verdrängt. Irgendwann bildete sich ein Bäuschlein. Da habe ich gedacht, okay, das kann man jetzt nicht mehr wirklich verdrängen. Und dann habe ich den Arzt angerufen und dann war es tatsächlich so, wie ich es nicht wahrhaben wollte. Was mich extrem wundert, dass ein Arzt das getan hat. Ja. Du bist 47. Das muss ich mal, ich sage es doch mal, ich rechne mal gerade zurück. War der Paragraf 218 schon reformiert? Ja, ne? Man durfte in Deutschland abtreiben. Ja. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Aber man durfte eben nicht im Ende des vierten Monats abtreiben. Ja, aber ich musste auch einen Wisch unterschreiben in dem Stand sozusagen, also jetzt sinngemäß übersetzt, dass ich mich willentlich und wissentlich in Lebensgefahr begebe und dass es also, ich sage es jetzt mal, platt schief gehen kann mit mir, ja. Aber mir war das so, das war mir so... Im Nachhinein. Und hast du nochmal später abgetrieben? Ja, da hatte ich jemanden kennengelernt mit, wir waren zwei Wochen zusammen und da dachte ich, oh mein Gott, nein, das geht überhaupt nicht. Und okay, und dann ist man wirklich nur zweimal so doof, kann ich sagen, ja. Das zweite Mal hätte schon gar nicht mehr passieren dürfen. Du hättest dich ja sterilisieren lassen. Du hättest dich ja sterilisieren lassen. Aber ich stehe dafür gerade, ich stehe dafür gerade und das sage ich auch heute noch so, sind die besten Entscheidungen meines Lebens gewesen. Es gab nie... Lass mich fragen, das ist ja interessant für mich zu hören von dir. Ja. Es gab nie einen, vielleicht doch so einen Hauch, einen Hauch von Melancholie, von schlechtem Gewissen. Ich habe einen kleinen Menschen getötet. Nein, niemals. Niemals. Siehst du das denn so, dass du einen kleinen Menschen getötet hast? Nein. Aber es war ein kleiner Mensch. Im Ende des vierten Monats, die sind, das ist schon ziemlich ausgebildet. Ja, und das ist genau die Frage, die ich mir stelle und das ist der Kausus knacktes unter dem Strich heute Abend. Meine Frage, stimmt irgendwas mit mir nicht? Woher kommt das, dass ich überhaupt diese Affinität... Ich will dir was sagen. Was ich verstehen kann, weil das haben halt manche Leute, wenn du sagst, ich habe einfach nie die Sehnsucht gehabt, Mutter zu werden. Nie, niemals. Das finde ich auch nicht schändlich. Sowas gibt es halt und das ist völlig in Ordnung. Bin ich krank? Nein, das glaube ich nicht. Wieso habe ich diese Affinität? Weil das Leben so vielfältig spielt und du bist halt eine Variante von tausend anderen Varianten, die keine Sehnsucht hat, sich zu vermehren. Was ich ein bisschen merkwürdig finde allerdings... Ich auch, weil ich finde mich toll. Ich finde toll, wenn es mehr Menschen gibt. Was ich merkwürdig finde, ist, dass du da doch nicht so ein Herzgefühl hast für das, was damals passiert ist. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich sage ja, ich bin aus der Narkose aufgewacht. Das Erste, was ich im Kopf hatte, war, oh mein Gott, hoffentlich ist alles draußen, dass da nichts weiter wachsen kann. Nach der zweiten Abteilung, wie alt warst du da? Ja, da war ich drei, nee, 22. Also auch noch sehr jung. Hast du dich denn danach stilisieren lassen? Nein, danach habe ich ganz extrem natürlich Vergütung betrieben und mittlerweile ist natürlich die Uhr abgelaufen, ich bin eine Frühwächslerin, jetzt kann nichts mehr passieren, alles ist safe. Aber die Frage unterm Strich ist, woher kommt es, dass ich diese sehr hohe Affinität zu so völlig verdrehten Todbeißerhunden habe, die ich dann wirklich in die Reihe bekomme und dafür wirklich Platz und mein Herz und alles, mein Leben gebe und ich habe das aber nicht mit Kindern. Ist das normal? Ticke ich nicht sauber? Also die Diskussion, was normal ist, ich glaube, die ist sehr müßig zu betreiben. Der Norm, der Norm entspricht es nicht. Aber das heißt gar nichts. Nein, das heißt nichts. Wir hatten gerade die erste Anrufung, die Frauke, er hat von ihrer A6. Genau, Frauke, wollte ich auch nochmal sagen, Frauke, ich kenne auch von Pärchen und Frauke ist wirklich kein Sonderfall und das Pärchen macht genau den gleichen Kompromiss und ich kann auch das sehr mitgefühlt. Okay, also Frauke hat auch etwas erzählt, was nicht der Norm entspricht, aber ich finde es trotzdem, es gehört zur Normalität dazu, auch wenn es eine Minderheit ist und so finde ich auch Frauen oder Männer, die sagen, wir haben einfach keine Lust auf ein Kind, das sagt man heute eigentlich nicht so, aber das finde ich auch, das gehört auch zur Normalität. Darf man das sagen? Ja, ich finde, das darf man sagen. Das ist ja nichts Schlimmes, man beleidigt damit ja nichts. Ja, so wird es schräg angeguckt, so nach dem Motto, was ist denn da schiefgelaufen? Wieso, was, die will kein Kind, was, die will kein Kind, dafür hast du ein Händchen für Tiere oder für Hunde, das ist doch, also gut, das wiegt das nicht auf, aber die Natur, die Natur startet die Menschen halt in den verschiedensten Variationen aus. Wie gesagt, nur das mit der Abtreibung, das irritiert mich und das macht mich so ein bisschen stutzig, dass du da keinen... Ja, mich auch, also mich auch und deshalb habe ich gedacht, du könntest mir helfen oder du würdest mir sagen, nein, mach dir keine Sorgen, du bist normal, wo ich mir denke, das ist, ja, das ist wirklich sehr außergewöhnlich, weil ich liebe Kinder, ich habe auch einen Partner, der hat zwei Kinder, ich wollte nie Kinder haben, jetzt habe ich irgendwie zwei, ich habe das outgesourced quasi, zwei sehr, sehr süße, die mich auch immer erwischen, wo ich denke, oh, das ist ja schon, das geht schon wirklich ans Herz, aber es ist anders einfach. Willst du vielleicht, erweichen diese Kinder doch noch dein, dein hartes Herz irgendwann? Nein, das ist ja genau der Punkt, nein, das war ein Schatz, nein, das war ein Schatz, nein, das war ein Schatz. Aber doch, das tun sie, das tun sie durchaus und ich bin immer froh, dass ich da ein Stück weit doch noch mitgehen kann auf dem Lebensweg, aber es ist voll anders. Ich wiederhole nochmal, die Grundeinstellung, finde ich, kann man auch zur Normalität zählen, dass du nicht doch etwas differenzierter darüber denkst, dass damals Leben zerstört wurde, was ich ja gar nicht jetzt zum Vorwurf mache, ich will nicht die moralische Keule, wirklich nicht, das möchte ich nicht machen, auch allen Frauen gegenüber nicht, die abgetrieben haben, weiß Gott nicht, das steht mir gar nicht zu, aber dass du das auch so komplett cool siehst, finde ich ungewöhnlich, sagen wir es so. Danke, das ist sehr nett ausgedrückt. Aber was deine ganze Lebenshaltung anbelangt, Janett, finde ich, das ist so, du bist halt so, wie du bist. Punkt aus. Punkt aus, genau. Und sei nett zu deinem... Ich wollte von dir die Absolution erteilt haben, dass ich nicht völlig bescheuert bin. Nein, aber wo ich mir wirklich, ich stelle mir wirklich manchmal die Frage, dass ich denke, was ist denn bei mir irgendwie so schief gelaufen, dass es irgendwie nicht dem deutschen Standard entspricht. ich muss hier Kinder bekommen. Also das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Also das war auch schon immer so. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe nicht einen, also meine Freundinnen, die auch kinderlos sind, haben verstanden hinter sich, wo sie sehr, sehr drunter gelitten haben. Und auf das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe gedacht, freut euch doch. Janett, ich glaube, wir haben alles ausgetauscht. Okay. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben und wünsche alles Gute und vielleicht ändert sich die Meinung noch ein bisschen, je mehr Kinder um dich herum sich scharen. Alles Gute wünsche ich. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke schön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. So, und jetzt höre ich gerade, dass wir per Skype jemanden hier haben. Aber ich weiß nicht, wer es ist. Hallo. Hallo. Saline. Hallo, hier ist die Sabine. 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 Sabine, entschuldige. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Wie alt bist du? Ich bin 33. 33. Skype, wenn wir skypen, heißt das irgendwie, die Menschen müssen in sehr fernen Welten, sein. Wo bist du? Ja, das stimmt. Ich bin gerade in Japan. Ach, gut, ja. Das ist nicht um die Ecke. Ich bin immer erstaunt über die gute Tonqualität. Das klingt besser als manch ein Handy hier aus Wanne-Eickel, also, oder Herne. Du bist in Japan. Was machst du? Ja. Genau, wir müssen nur so eine kleine Pause machen, bevor das dann ankommt, was wir gesagt haben. Okay. So. Was machst du in Japan? Ja, ich habe vor ein paar Monaten alles stehen und liegen gelassen in Deutschland, habe alles verkauft und mache jetzt quasi eine kleine Weltreise und Japan ist mein erster Stopp und ich stelle hier Süßigkeiten her. Du machst ja eine Weltreise und stellst zwischendurch in Japan mal irgendwie so lockerfloppig wirklich Süßigkeiten her. Wie geht das? Das Problem war, ich bin ja 33 und ich kriege kein Work and Travel Visum mehr, also musste ich eine andere Form des Reisens finden und ich bin jetzt als Touristin unterwegs und arbeite quasi für Unterkunft und Essen. Ach so, du arbeitest für Unterkunft und Essen und stellst dann Süßigkeiten her. Ja, ich bin hier auf einer Farm, ganz ländlich in Japan, sehr traditionell alles und die haben sich hier drauf spezialisiert, aus den Produkten, die auf der Farm angebaut werden, Süßigkeiten zu machen und das sind halt so Gebäckssüßigkeiten. Schmecken die? Oh, die sind super lecker. Ich kann dir gern was schicken. Wahrscheinlich sind die vertrocknet, bis die hier ankommen. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen, wie japanische Süßigkeiten schmecken. Beschreib sie mal, wie sie aussehen und beschreib mal, wie sie schmecken. Der Witz ist, es sind keine japanischen Süßigkeiten, es sind französische und italienische Rezepte und dann verkaufen wir eben noch getrocknete Früchte von der Farm. Das ist aus Biskuit und süßer Milch und Butter, Zucker. Und wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Ich arbeite fünf Stunden am Tag und fünf Tage die Woche. Ja, ich habe hier viel Freizeit. Wie ist das mit der Unterkunft? Wo wohnst du? Ich wohne mit anderen Helfern in einem Gästehaus neben dem Haupthaus der Familie. Das ist so ein ganz traditionelles japanisches Haus, wie man es aus Filmen kennt, mit so Schiebetüren und Tatami-Matten und Futons auf dem Boden und Wasser, warmes Wasser haben wir nur, wenn die Sonne scheint. Also es ist alles sehr, sehr, sehr einfach, aber sehr schön. Du wohnst mit anderen, mit anderen Arbeitern oder Arbeiterinnen zusammen in diesem Haus. Wie, da bist du wahrscheinlich der Exot aus Deutschland? Nee, gar nicht. Hier sind total viele Deutsche, viele Briten, Kanadier, die sind aber alle Anfang 20, weil die eben alle vor dem Studium nochmal reisen wollen. Ah, ich verstehe. Ich bin hier quasi die Hausmama. Wie ist die Stimmung dort? Die Stimmung ist super. Die Japaner sind alle sehr, sehr nett und auch die Freiwilligen untereinander verstehen sich gut. Man hat immer mal wieder schwarze Schafe dabei, aber so im Großen und Ganzen ist es schon sehr familiär. Du hast gesagt, es gibt nur Wasser, warmes Wasser, wenn die Sonne scheint. Ja. Wie ist das mit der Toilette? Gibt es eine Toilette? Im Haupthaus haben wir eine ganz traditionelle Toilette, das ist ein Loch im Boden, aber im Gästehaus haben wir so eine schöne japanische Toilette, die alles kann, von BD über Vogelgezwitscher bis hin zur warmen Klobrille beim Sitzen und die spült von alleine, die öffnet den Deckel von alleine. Und wahrscheinlich Das ist alles sehr luxuriös. Und wahrscheinlich auch mit einer Dusche von unten, das haben die Japaner ja gerne. Ja, genau. Wieso hast du jetzt als Reiseziel, dieses Reiseziel jetzt Japan gewählt? Ich hatte mehrere Länder noch auf meiner Liste, die ich unbedingt besuchen wollte und Japan steht schon seit über 20 Jahren ganz, ganz oben, weil einfach die Kultur mich sehr interessiert. Dieses traditionelle Japan, aber auch das moderne Japan. Ich finde das alles sehr spannend. Nun ist das ja eine große Entscheidung. Du bist 33 Jahre alt, du hast ja eine Zelte hier abgebrochen. Was hast du hier beruflich gemacht in Deutschland? Ich war Sozialarbeiterin beim Jugendamt. Ja. Ich habe aber nur eine Auszeit genommen, ein Jahr. Ich kann nach dem einen Jahr wieder zurück in meinen Beruf. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung, zu sagen, ich gehe jetzt in die Welt? Das ist ja auch nicht so einfach entschieden. Ja, das war mehr oder weniger fast sogar spontan. Ich arbeite, seitdem ich 18 bin, immer mit Kindern und Jugendlichen und habe auch mein Studio, meine Ausbildung, alles immer durchgezogen. Und dann die letzten Jahre, so als ich nichts mehr getan habe, privat, außer der Arbeit, habe ich so überlegt, ja, wie könnte es weitergehen? Was steht für mich noch an? Oder was sind so Dinge, die mir noch wichtig sind, die ich gerne noch erleben würde? Und dann hatte ich ein Jobangebot aus Italien. Das hatte sich dann aber zerschlagen. Aber das war der Grund, warum ich dieses Auslandsjahr beantragt habe bei meinem Arbeitgeber. Und dann, als ich das mit dem Jobangebot in Italien zerschlagen hatte, habe ich spontan gesagt, okay, dann mache ich eben eine Weltreise. Das ist ja wirklich ganz toll. Warst du in einer Beziehung hier in Deutschland? Nein, das war auch einer der Gründe. Ich hatte im Grunde privat, ich habe keine Kinder, keine Beziehungen, nichts, was mich in Deutschland jetzt gehalten hätte. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Das finde ich wirklich eine sehr gute Entscheidung. Ich finde auch, dass das so zur Lebensreifung das Reisen dazugehört. Und ich finde, jeder müsste, muss mal auch immer wieder oder immer wieder mal auch alleine auf Reisen sein, um auch diese Erfahrungen zu machen. Weil diese Erfahrungen bringen einen einfach in der Weltsicht und in der Lebenssicht weiter. Wie lange planst du noch in Japan zu bleiben? Ich bin jetzt noch bis Ende Mai in Japan. Und dann geht es für mich weiter nach Island. Und dann stehen noch ganz viele andere Länder auf dem Programm, wo ich auch schon Jobs habe. Island ist nun auch eine Region, die mich sehr interessiert. Was wirst du in Island machen? In Island bin ich bei einer Familie mit drei Kindern, die noch ein Gästehaus haben. Und dort werde ich in dem Gästehaus mit bei der Hotelarbeit helfen, mich aber auch um die drei Kinder kümmern. Ja, und dann werde ich ja auch viel Freizeit haben, um eben Island zu entdecken, weil das ist auch ein wunderschönes Land, glaube ich. Da hast du natürlich den absoluten Kontrast von Japan nach Island. Das sind ja komplette gegensätzliche Welten. Aber du organisierst... Ja, ich komme... Ja? Ich komme von 30 Grad in 15 Grad. Genau, ganz genau. Ich höre gerade, dass wir Fotos von dir haben. Mhm. Ah, da sehe ich eine Frau in einem Kimono. Bist du das? Ja, das bin ich. Das bist du. Ja. Ich kann das jetzt hier auf meinem Monitor nicht so ganz genau sehen. Das sieht aus wie... Du siehst wie eine japanische Frau aus und hast so ein Kimono an, weiß, mit so einem rötlich-goldenen Gürtel um den Bauch. So kann man das sagen. Ja. Das ist ein ganz traditioneller Kimono. Das war ein Foto für... Als Geisha. Man konnte da sich einen Tag lang als Geisha verkleiden und wurde dann auch fotografiert. Ach so. Ich wollte gerade sagen... Und es war ganz interessant, mal sowas zu tragen. Ich verstehe. Ich wollte nämlich fragen, so wirst du doch bestimmt nicht die Süßigkeiten herstellen. Nee. Ganz und gar nicht, nein. Ah, und da ist das ganz normale Foto. Eine junge Frau mit langen Haaren, mit fröhlichem Gesichtsausdruck, einer Brille. Und das bist du dann in echt sozusagen. Ja, das bin ich Natura. Ja. Das ist aber immer so, wenn du die nächsten Etappen planst, dass du dich vorher schlau machst. Wo kann ich wohnen? Wo kann ich arbeiten? Um dann so auch unterzukommen? Ganz genau. Ich habe das schon alles im Januar geplant. Also bis Ende Dezember steht der Plan schon, wann ich wo bin und was ich dann da zu tun habe. Und für das andere halbe Jahr bis April 2016 muss ich das halt noch machen. Wie macht man das? Wie kriegt man jetzt raus, dass man in Island in einer Familie das und das, wie du es gerade beschrieben hast, dann machen kann? Wie kriegt man das raus? Übers Internet. Es gibt da Internetseiten, wo man eben sich als Homestay nennt sich das bewerben kann, dass man eben bei Privatleuten wohnt, denen ein bisschen mithilft. Die beschreiben dann immer, was sie suchen, was sie brauchen. Zum Teil wird man auch selbst angeschrieben. Also später bin ich mal irgendwann in Irland, da hat die Familie mich angeschrieben, weil sie mein Profil so interessant fand. Ja, und so kommt man an die Jobs. Und das heißt, so kommst du auch relativ günstig durch die Welt. Du musst dann nur die Flüge wahrscheinlich bezahlen und vor Ort, du wohnst umsonst, hast das Essen umsonst und vielleicht einen kleinen Verdienst sogar noch. Ganz genau. Nee, Geld verdiene ich nicht. Darf ich nicht. Als Tourist darf man kein Geld verdienen. Ach so. Aber ich reise halt sehr günstig, habe nur die Flüge bisher bezahlt und jetzt das, was ich halt aus dem Verkauf meines Lebens in Deutschland habe, das habe ich halt jetzt zum Reisen. Hast du in Deutschland alles aufgelöst? Deine Wohnung zum Beispiel? Ja, alles komplett aufgelöst, alle Möbel verkauft. Ich habe nur noch ein paar Kartons im Keller von einem Freund stehen, aber ansonsten habe ich alles aufgegeben. Und wenn ich zurückgehe im April und wieder meinen Job anfange, muss ich komplett von Null anfangen. Das stelle ich mir toll vor, wenn man irgendwie alles von sich loslässt und plötzlich nur noch einen Koffer hat und sagt, jetzt gehe ich in die Welt. Finde ich in der Vorstellung ein tolles Gefühl. Das ist auch super. Vor allem kriegt man auch mal mit, was sein Leben alles wert ist, was man wirklich braucht, was wichtig ist. Genau, was man braucht. Endlich habe ich, ich habe nur noch einen kleinen Keller, wo mein Zeug drinsteht, was ich eben nicht verkaufen wollte, wo ein paar Klamotten drin liegen und das ist im Grunde alles, was ich im Leben brauche. Ja, und man braucht kaum was. Ja. Sabine, das war sehr interessant mit dir. Wie spät ist es denn jetzt eigentlich da, wo du bist? Es ist gerade 8.39 Uhr. Also morgens. Genau, und ich höre dich immer, wenn ich arbeite, wenn du auf Sendung gehst, fängt meine Arbeit hier gerade an und dann höre ich immer Domejahren oder wenn ich es nicht hören kann, dann höre ich es nachmittags beim Joggen. Und du kannst das während der Arbeit hören? Ist das möglich? Ja, manchmal schon. Wenn ich Süßigkeiten verpacke zum Beispiel, dann kann ich mir das Radio anmachen und dann läuft halt der Einz-Livestream. Ich verstehe. Und deswegen habe ich auch deiner Redaktion eine E-Mail gestrebt, weil ich dachte, wenn ich dich schon auf die Weltreise mitnehme, dann möchte ich dir zumindest auch zeigen, wo du gerade bist. Das ist wirklich sehr nett. Das ist eine tolle Vorstellung, jetzt hier zu sitzen und eine Sendung zu machen und im fernen Japan sieht beziehungsweise hört man uns. Liebe Sabine, ich wünsche dir alles Gute, tolle Eindrücke noch und tolle Reiseerfahrungen und auf das du viel an Erkenntnissen mitbringen wirst nach Deutschland und für dein weiteres Leben. Ja, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch gerne unser Thema vorstellen, was wir nächste Woche machen werden, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema Ich bin froh, dass du tot bist. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die jemanden derart hassen oder gehasst haben, dass sie froh sind, dass diese Person tot ist. Also hat euch diese Person vielleicht schlimme Gewalt angetan? Hat diese Person gemordet? Hat diese Person auf irgendeine andere, schlimme Weise euer Leben zerstört, sodass ihr sagt, ich bin froh, dass du tot bist? Man kann das Thema natürlich auch noch etwas anders sehen. Vielleicht in dem Sinne, dass ihr sagt, ich bin erleichtert, dass jemand gestorben ist, weil es gut für ihn war, weil er zu sehr gelitten hat und habt ihr vielleicht sogar jemandem beim Sterben geholfen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt nächste Woche, dann meldet euch per Mail domian.wdr.de oder ruft nächste Woche Mittwoch vor der Sendung, während der Sendung an. Ich bin froh, dass du tot bist. Ich bin froh, dass ihr alle lebt und hier bei uns seid und freue mich jetzt auch auf den Marco und Marco ist 25. Guten Morgen, Marco. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Marco. Du rufst aber nicht aus der Fernwelt an, sondern aus Germany. Gelsenkirchen. Aus wo? Ja, richtig. Aus Gelsenkirchen. Aus Gelsenkirchen. Na gut, das ist ja gar nicht so weit weg. Ja. Marco, um was geht's? Und zwar bin ich seit 2013 obdachlos. Seit 2013 bist du obdachlos? Ja, zwei Jahre. Wo bist du jetzt gerade, während wir telefonieren? Also jetzt gerade bin ich auf dem Weg zu meinem besten Kollege Florian in der Schönrissermark. Ja. Ja, und der nimmt mich freundlicherweise auf, dass ich da ein paar Tage schlafen kann. Und wo schläfst du in der Regel? In der Regel meistens bei meinem kleinen Bruder oder bei meinem Freund oder meistens auch im Zelt. Ach so, das mal so, mal so, aber eben auch öfter draußen und dann im Zelt. Wo steht das Zelt? Das Zelt steht dann am Kanal. Ach, am Kanal bei euch in der Stadt? Richtig. Ist das erlaubt? Ich habe keine Ahnung. Also das sieht aus wie so ein Zeltplatz mit kleinen Feuerdingen dran. Also ich weiß nicht, ob das jetzt legal ist. Ich habe keinen Plan. Seit 2013 und du bist 25 Jahre alt. Wie kam es, dass du vor zwei Jahren obdachlos geworden bist? Ich hatte eine Freundin gehabt und man hat sich jeden Tag gesehen. Also man war jeden Tag bei ihr und dann hat man seine eigene Wohnung vernachlässigt, nicht nach Post geguckt. Ja und da war dann halt ein sehr wichtiger Brief vom Arbeitsamt wegen der Weiterbewilligungsantrags, dass ich bin der Ausfüller mit mir weiterhin meine Miete bezahlen. Ja und das habe ich nicht gemacht. Also bin ich quasi selber dran schuld. Ach, du hast es verdaddelt, kann man sagen. Ich habe es verdaddelt, ja. Warst du dann zu der Zeit arbeitslos oder wie? Zu der Zeit habe ich bei Teddy gearbeitet. Habe ich da einen 400 Euro Job gemacht. Ja. Und danach hast du den Job auch verloren? Ne, da habe ich dann einen anderen Job bekommen bei Backwerk Aber dann hättest du dir doch eine neue Wohnung suchen können wieder. Ja, das war das Problem. Ich habe ja Mietschulden und mit Mietschulden da sieht das so schlecht aus mit einer neuen Wohnung. Wie hoch sind die Mietschulden? Ich glaube 1,5. Na gut, das ist ja auch nicht jetzt so die Riesenmasse. Das ist ja, müsste ja irgendwie zu bewältigen sein. Ja, aber als Arbeitslohn, ne? Ja, ist mir schon klar, ja klar, aber es ist jetzt nicht so eine Zahl, die einen total erschlägt, wenn du jetzt 10.000 gesagt hättest oder so. Das ist natürlich noch viel schlimmer. Aber im Moment arbeitest du nicht? Im Moment nicht. Wie fühlst du dich in dieser Lebenssituation? Aber ganz ehrlich, Tomi, richtig verschissen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich irgendwann mal geschafft habe, wieder auf beiden Füßen zu stehen, ich glaube, ich werde mal so ein Buch ausbringen, wie das Leben so ist, wenn man obdachlos ist. Was, weiß ich nicht, da kommt man immer so... Erzähl uns mal ein bisschen, wie das Leben so ist, wenn man obdachlos ist. Wo soll ich denn da anfangen? Vor allen Dingen, wenn man nachts auf der Straße ist, man sieht da komische Gestalten, da kriegt man ja schon Panik. Weil man immer Angst hat, überfallen zu werden. Richtig, das wurde ich ja schon einmal an der Oststraße. Da wurde ich dann, hat mir so ein Typ Messer am Bauch gehalten und wollte mein Handy haben. Ja, ich wollte gerade sagen, viel ist bei dir ja nicht zu holen. Gut, ein Handy hast du noch? Ja. Wie finanzierst du das? Das habe ich mir so gekauft, das hat meine Mutter hat mir noch ein bisschen Geld dazugegeben, dass ich mir dann dieses Handy leisten kann. Ja, und dann, vor meinem Arbeitslosengeld bezahle ich, hole ich mir dann so eine Flatrate. Ja. Dann kann ich dann damit einen Monat lang dann grafisch telefonieren. Wie verlaufen so die Tage? Was machst du denn den lieben langen Tag? Ja, ich gucke in der Zeitung, ich rufe bei Wohnungen an, stelle mich da vor, sobald ich erwähne, dass ich Mietschule habe, weil ich bin ja ein ehrlicher Junge. Ja, und dann sagen die mir, ja, mit Mietschulen, das sehen wir nicht so gerne, also, die können die Wohnung nicht haben. Aber das deprimiert einen. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich stelle mich hier aus neu aus. Wie bemühst du dich denn um Arbeit? Ja, ich frage, Leute, bei denen ich arbeiten kann. Wahrscheinlich ist das so eine tragische Verkettung, die, wo du arbeiten möchtest, erfahren, dass du obdachlos bist, macht es keinen guten Eindruck. Ja, das macht auch keinen guten Eindruck. Wenn du eine Wohnung haben willst, hast du Mietschulden und hast keine Arbeit, macht auch wieder keinen guten Eindruck. Also steckst du da in einem Dilemma. Da stecke ich echt in einem Dilemma. Hast du dich denn mal richtig ordentlich ausführlich beraten lassen? Bei der Caritas habe ich mich beraten lassen, da habe ich ja auch mit Wohnungen geguckt, die sagen auch, ich soll zum Sozialamt gehen und das werde ich jetzt auch die Tage dann mal in Angriff nehmen. Ja, da solltest du auch sagen, es kann natürlich sein, dass die eine Stelle dich zur anderen verschiebt. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendwann mal ein guter Tipp dabei ist, ich würde an deiner Stelle auch alles nutzen, was du an Tipps bekommst und Möglichkeiten, damit du aus diesem Teufelskreis, das ist ja ein Teufelskreis, in den du hängst. Das ist auch ein Teufelskreis. Wenn ich mir manche Leute da angucke bei der Caritas, da denke ich mir auch, oh Junge, such dir schnell eine Wohnung, sonst endest du genauso und so möchtest du nicht enden. Was hast du denn für eine Schulausbildung oder eine Ausbildung vielleicht? Ich bin Verkaufshelfer. Hast du, gibt es da einen Abschluss? Ja, einen Hauptschulabschluss nach Klasse 10. Also, das habe ich gerade nicht verstanden. Du hast einen Hauptschulabschluss und hast du auch eine Lehre gemacht? Nee. Nee, ich habe in der Lehre meinen Hauptschulabschluss gemacht. Ach so, aber immerhin den Hauptschulabschluss hast du ja in der Tasche. Den habe ich in der Tasche. Das heißt, wenn alles so gut in die Gänge käme, wäre es ja auch nicht das Falscheste, wenn du noch eine Ausbildung machen würdest. Naja, ich möchte ja gerne eine Weiterbildung machen. Nur ich gehört habe, kann ich ein Jahr an meine Ausbildung dranhängen, dass ich dann Einzernitzkaufmann werden kann, dass ich dann ein bisschen höher im Leben komme. Weil ich möchte schon was erreichen im Leben. Ja, jetzt bin ich ja aus Versehen obdachlos geworden aus eigener Dummheit und ich hoffe, dass ich das meine Tage... Du hast gerade von deiner Mutter gesprochen. Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass du bei deiner Mutter oder bei deinen Eltern eine Weile wohnen kannst, Ja, ich habe nur noch meine Mutter. Mein Vater ist früh verstorben, da war ich acht, neun Jahre alt. Und du kannst... Ich habe... Anfangszeit habe ich da bei meiner Mutter so ein bisschen ein paar Monate gelebt, sodass ich über den Winter so mäßig komme. Sodass ich nicht im Zelt schlafen muss. Dann kann ich da wahrscheinlich überleben. Ja. Also Marco, das tut mir wirklich leid. Da muss man gar nicht drüber reden. Das ist eine scheiß Situation, in der du da drin hängst. Scheiß Situation. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass bald irgendein kluger Typ, der von irgendeiner Caritas oder weiß ich, im Sozialamt dir etwas in die Hände gibt und sagt, so und so, hier, machen Sie es. Ja, das wünsche ich mir. Wir werden dich jetzt aber auch nochmal zurückrufen. Vielleicht haben wir auch noch irgendeine Idee, wohin du dich wenden kannst. Ja, das wäre echt super. Ja, ich merke, dass du willst ja. Du bist ja nicht faul oder irgendwie. Nee, da bin ich absolut nicht. Ich möchte wieder mit beiden Füßen im Leben stehen. Was ist dein Traum, sagen wir mal so, in fünf Jahren? Was sollte in fünf Jahren sein? In fünf Jahren möchte ich eine wunderhübsche Freundin haben, die an meiner Seite ist und eine schöne Wohnung und Auto und Kinder. Ja gut, da sind viele Wünsche. Mögen Sie alle in Erfüllung gehen. Danke, das hoffe ich auch. Und ich wünsche dir auch noch viel Erfolg in deinem Leben, da ich ja gehört habe, dass du aufhörst. Ich danke dir sehr herzlich, sehr freundlich von dir. Sehr freundlich, Marco. Aber du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar, mache ich. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. Ah, die Tür kommt auf. Kommt auf. Die Tür geht auf und mein Redakteur Christian Munderlich kommt rein mit Reaktionen auf Ah, vegan. Alles vegan? Nein. Nein. Gucken wir mal, was hier alles so geschrieben war. Also Reaktionen heute auf die Sendung. Fangen wir an mit dem Anrufer Dominik zum Thema Vegan. Eine kleine Anmerkung, Anekdote zum Thema vegane Ernährung der eigenen Kinder. Ich selbst habe mich beinahe die Hälfte meines Lebens ohne tierische Produkte ernährt, von meinem neunten bis zum 22. Lebensjahr. Jetzt bin ich 26 Jahre, schreibt hier der Schreiber. Gina ist das. Ich bin also nicht voreingenommen. In meiner Schulklasse gab es einen Jungen, der von seinen Eltern von Anfang an vegan ernährt wurde. Er aß ausgewogen, soweit das eben möglich ist. Trotzdem war er ständig krank, müde und generell eher schwach. Während der Pubertät durfte er dem Sportunterricht fernbleiben, da er sich wiederholt Frakturen zuzog aufgrund seiner empfindlichen Knochen. Ursache war die rein pflanzliche Ernährung während der Wachstumsphase. Noch mit 19 war besagter Junge mit Abstand der Kleinste. Das schreibt Gina oder Gina, die dann dieser veganen Kindesernährung gegenüber offensichtlich sehr kritisch eingestellt ist. Dann zur Anruferin Janett beziehungsweise zum Thema gewollte Kinderlosigkeit schreibt Anja, hallo Domian, ich finde die Dame mit den beiden Abtreibungen nicht unnormal, auch dass sie nichts empfindet deswegen. Ich habe das hinter mir, allerdings keine Spätabtreibung, aber ich bereue ebenfalls nichts. Mir geht es wie ihr, Tiere ja, Kinder nein, danke. Bei mir sind es Katzen. Ich weine um jedes Katzentier, das in spanischen Tötungsstationen sterben muss. Der Tod eines Kindes jedoch lässt mich irgendwie kalt, es ist mir egal. Jetzt muss ich gerade schon ein bisschen stottern aufgrund dieser Formulierung. Also, ich weine um jedes Katzentier, das in spanischen Tötungsstationen sterben muss. Der Tod eines Kindes jedoch lässt mich irgendwie kalt, es ist mir egal. Mit freundlichen Grüßen Anja. Das finde ich krass, muss ich sagen. Also, bei allem Respekt, wenn man keine Kinder haben will, müssen wir den Tod eines Kindes kalt lässt, das verstehe ich nun wirklich nicht mehr. Da ist dann die Grenze meiner Toleranz auch überschritten. So, ihr Lieben, jetzt machen wir weiter. Mit Patrick. Patrick ist 25. Guten Morgen, Patrick. Hallo, guten Morgen. Patrick, um was geht's bei dir? Und zwar war ich mit 21, ich bin jetzt 25 Jahre alt, beim Kardiologen gewesen, weil ich Beschwerden hatte in der Brust, weil ich habe Übergewicht und habe gedacht, ich gehe mal lieber hin, einmal zu viel als einmal zu wenig. Und war dann halt dort, er hat Belastungs-HKG gemacht und Ultraschall und meinte dann zu mir im Sprechzimmer, als ich dann mit ihm geredet habe, über die Ergebnisse, dass ich einen Herzmuskelschaden habe und eine Herzschwäche und wenn ich Glück hätte, würde ich noch 27 Jahre alt werden. Was, das hat er gesagt? Das hat er mir so gesagt und wünscht mir alles Gute und ich soll in zwei Jahren nochmal vorbeikommen zum Nachgucken. Na super, Sie werden in ein paar Jahren sterben, aber kommen Sie mal in zwei Jahren wieder, wir gucken mal nach. So hat er es gesagt damals. Was ist das denn für eine Pfeife? Ja und dann, dadurch bin ich dann halt stark depressiv geworden. Wie, du bist nicht zu einem anderen Arzt gegangen? Nein, ich war noch jung, ich war halt naiv, sag ich mal. Hast du es nicht deinen Eltern erzählt? Nein, ich habe das alles für mich behalten damals. Ich wollte nicht andere Leute auch noch beunruhigen. die haben alle genug Probleme, sag ich mal. Ich habe das halt alles in mich reingefressen und ich war damals eigentlich noch zu grün hinter den Ohren. Ich habe gedacht, das ist ein Kardiologe, ein Facharzt, der wird wissen, was er macht. Ja, das war ich dann halt ein Jahr mit diesem ganzen Mist alleine, bin dann depressiv geworden, habe Ängste gekriegt, Panikattacken und es war dann einen Abend so schlimm, dass ich den Notarzt rufen musste, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt kriegst du einen Herzinfarkt, Schmerzen in der Brust, ich habe geschwitzt, ich habe keine Luft mehr gekriegt und dann haben die mich abgeholt und habe ich dort auf der Institivstation gelegen einen Tag, dann haben die auch nochmal alle möglichen Tests gemacht und der Kardiologe dort hat dann gesagt, ich bin kerngesund, ich habe überhaupt nichts. Nichts am Herz? Gar nichts, also mein Herz wäre ein bisschen zu klein, dadurch, dass ich übergewichtig bin und wenig Sport mache, hat er gemeint, aber das ist jetzt nichts, womit ich nicht noch 60 Jahre alt werden könnte. Kurze Frage zum Übergewicht, wie viel wiegst du? Also ich bin 1,76 groß und wiege momentan so 145. Boah, das ist natürlich heftig. Ja, das ist dieser Krankenhausbesuch, wann war der? Der war dann so ein Jahr später ungefähr. Ja. Ja, also ich habe das jahrlang damit alleine rumgemacht gehabt und habe jetzt heute noch mit dem ganzen Zeug dazu kämpfen, mit den Depressionen. Kann man sagen, dass diese Depressionen wirklich ausgelöst wurden durch diese Nachricht von dem ersten Kardiologen? Ja. Also davor war ich lebensfroh, ich habe alles in der Hand gehabt. Wie viel hast du denn damals gewogen? Damals war ich bei 160. Also damals war es noch schlimmer. So, wie ist die Situation jetzt heute? Also momentan bin ich in Therapie, natürlich, also jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, ich mache eine Verhaltenstherapie, um diese Todesangst rauszukriegen. Die ist nach wie vor da? Die ist nach wie vor da, also auch die Panikattacken sind noch da, ich schrecke manchmal nachts im Schlaf hoch und hocke dann eine halbe Stunde da und bin die rationale Erkenntnis, da ist nichts, hilft dann auch nicht. Das hilft dann aber erst so nach einer halben Stunde bis dreiviertelstunde kriege ich mich dann beruhigt. Also mein Verhaltenstherapeut sagt vegetatives Nervensystem und das kommt von den Nerven, das fängt ja im Kopf an und 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 er hat mir das halt alles erklärt und ich muss halt dann versuchen in den Momenten ruhig zu bleiben. Da kann man mal sehen, was ein das ist ungeheuerlich. Ich meine, das ist ja nicht nur irgendein Satz, das ist ja eine ganz schlimme Feststellung, die er da getroffen hat. Selbst wenn er es so gemeint, wenn er es wirklich so geglaubt hat, darf er dich doch dann nicht einfach weggehen lassen und er darf nicht sagen, sie werden höchstens 27 Jahre alt. Ja, das denke ich ihm auch, ich hätte vielleicht auch was machen sollen gegen den, aber Also er hätte dir zumindest irgendwas vorschlagen müssen an Therapien oder an Verhaltensweisen irgendwas, aber einfach so kommen sie mal in zwei Jahren wieder. Ja, richtig, er hat mir auch keine Medikamente gegeben gehabt. Unfassbar ist das, unfassbar, der gehört ja wirklich angezeigt. Ja, ich habe im Nachhinein bereue ich es auch wirklich, nichts gemacht zu haben gegen den, aber es hat mich damals so, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen damals. So, jetzt ist das passiert, vor vielen Jahren. Das ist jetzt nicht mehr rückholbar oder veränderbar, das ist nur mal passiert. Jetzt musst du sehen, dass du jetzt das Beste aus deinem Leben machst. Du bist ja schon dabei, du machst eine Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie. Genau, ja. Ich bin auch beim Psychiater. Das heißt, du nimmst Medikamente ein auch? Genau, ich nehme momentan Zybralex. Ja, okay, das ist ein Antidepressiver. Genau. Auch gegen die Ängste helfen, hat mein Therapeut gemeint. So, und da musst du natürlich auch das Übergewicht angehen. Richtig, das mache ich ja auch momentan. Also, volles Programm im Moment? Ja, ich bin momentan voll belastet, sage ich mal. Dann noch arbeiten. Was arbeitst du? Ich bin im Büro angestellt, also so eine Bürokraft, nichts Großartiges momentan ist, auch nicht ganztags. Okay, aber das heißt, du sitzt da auch viel? Ja, genau, das ist auch das Problem. Ich habe Bürokaufmann gelernt und das kommt auch noch dazu. Das heißt, du musst auch noch so ein Gegensportprogramm musst du dir entwickeln und so weiter. Ja. Aber ich glaube, das ist alles lösbar und das kannst du schaffen. Und du bist ja, also Kompliment und Respekt, du nimmst ja dein Leben jetzt in die Hand, das ist ja gut. Naja, ich habe vielleicht ein bisschen zu lange gewartet. Gut, manchmal wartet man zu lange, aber du machst es jetzt, darauf kommt es an. Ja. Und Ziel, hast du Ziele, sagen wir mal zwei Jahren, in zwei Jahren? Ja, also ich will jetzt erstmal auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren unter die 100 Kilo kommen, also das muss sein. Das hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun. Absolut. Ja, dann will ich endlich meinen eigenen Führerschein machen. Ich habe keinen Führerschein, das ist auch noch, weil das damals dann kam und ich will einfach mein Leben in die Hand nehmen können und einfach sagen können, einfach mit einem Lachen in die Zukunft blicken können. Das ist ein schöner Satz, Patrick, das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das schaffst. Ich bin guter Dinge, wirklich, ist das kein blöder Spruch am Ende, aufgrund des Eindrucks, den ich von dir habe, dass du das auch schaffen wirst. Ja. Ich habe wirklich ehrlich den Eindruck. Du musst jetzt nur eisern und zäh sein und wenn es auch mal ein paar Rückfälle gibt, Rückschritte, dann weiter nach vorne, immer nach vorne gucken, immer weiter gehen und dann wirst du es schaffen. Mach ich. Alles Gute. Toi, toi, toi. Okay, dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war es für heute und für diese Woche. In der Technik heute macht den Dannhauser nochmal unser Thema, Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. Das Thema heißt, ich bin froh, dass du tot bist und ich möchte mit Leuten sprechen, die jemanden derart hassen, dass sie sagen, ich bin froh, dass du tot bist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende. Es soll nett werden am Sonntag und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag in der freien Themennacht. Bye, bye. Bis dahin. Ciao.